jo leute willkommen zu rohkollisianer farm und ich bin grad hier an bäume fällen und mit dabei sind wieder chris und marcel jawoll was macht ihr so ich baue gerade die scheine gut es ist ein bisschen mehr stimmung aufkommen lassen die letzte folge war ziemlich dresd träger träge mein ich dresd kennen ja aron fehlt auch macht stammt das ist die gesache ja das ist halt so auch und holt zwar die ganze zeit nur und es wird doch schon wieder dunkel super der nicht ernsthaft ja auch das momentan ein bisschen verhindert weil er viel zu tun hat das ist ein bisschen blöd das ist blöd muss man durch wo man schnell pennen gehen alle ja unterwegs mein ax müsste ich kaputt gehen deshalb bis jetzt auf den vorderen umgestiegen und dann ist das wir hinter den vorderen umgestiegen das wäre viel zu weit der andere turm ok wie er hier schon steht ach scheiße wenn wir jetzt aus dem fenster gucken kann man gar nicht mehr raus sehen ja warum weil ich ja die scheune davor baue gut schön lass mal echt in dieser folge in neta gehen ich brauche nämlich was davon das ist echt wichtig naja man kann schon noch raus gucken ja dann müsst ihr das mal machen niemals auch meinst du jetzt das für neta oder was ja ja aber ich hab weiß nicht wo ich so die erst herbekommen wir haben noch die erst also ja da muss ich ja erstmal ins lava suchen ja es ist ja nicht schwer wir hatten ja in der schlucht war doch direkt welches und vor der schlucht auch noch ist sogar schon obsidian ja dann wäre es eigentlich easy ach der ist falsch du musst da ein so Mist erstmal einen block falsch gesetzt aber kann ich dran lassen so und so ja dann lass da mal kurz da runter gehen ich wollte jetzt nicht alleine da runter falls da irgendwas ist falls da irgendwelche kreaturen lauern ja dann mach ich mehr dann mach ich mehr als ne Rüstung ja mach mach naja nicht dass das so will wie in der einen Folge alter die ist noch nicht hochgeladen doch ja dann schon sollte sie es ist ein bisschen blöd wenn ihr diese Folge noch nicht gesehen habt dann guckt euch Folge 2 an haben wir kein einziges Stück Kohle mehr in dem einen Ofen sind ganz viele alter ich dachte gerade ja Fackeln müsste ich nämlich auch noch machen mehr brauche ich eigentlich gar nicht egal ach ja ich würde einer von uns stirbt meint du wer weiß pass auf gleich bringt er dich so absichtlich um einfach weil er keinen Bock mehr hat einfach weil er keinen Bock mehr hat ich glaub der nicht noch keine Rüstung ich hab noch keine Zeit gefunden eine zu craften wir brauchen mir ne Rüstung warum sollte ich mir ne Rüstung craften weiß nicht wenn er mich die Kühe angreifen kann Marcel ist halt so ein ja so ein richtiger Ranger ja am besten nackt sitzt er einfach auf so ner Kufa mit nem Strohhut so ein paar so ein paar äh Blätter umgewickelt ja und dann ist der Hund noch der da rumläuft ich hab jetzt mit dir Hacker gemacht ne ja gut eine können wir ja entbehren da müssen wir ja ja eine brauchen wir ja haben die so entbehren als ob du komplette Rüstung haben wir noch Eisen ja das noch von mir mach ich da auch mal ne komplette Rüstung wenns geht mach mal jetzt Arbeite los Arbeite los ja doch man erkennt was es werden soll glaub ich da muss ich nur gucken wie ich die Kisten da reinbekommen oh aber ich denke das wird was ja du musst ja groß genug bauen ne nicht dass da äh in drei Folgen mich alles äh voll ist ja ich wollte das nach hinten halt übel ausbauen die Rüstung liegt hier ne jo warte hol dich mir ab jo danke gut dann brauchen wir noch ein Schwert haben wir noch Eisen für ein Schwert ja das ist in der Orchester Sticks hab ich keine mehr muss mir welche machen so ein Schwert ist da du hast die Spitzhacke ne mhm ok hab ich selber noch eine ja wollen wir nicht noch lieber einen Wassereimer mit runter nehmen ja ich hab noch einen Wasser ich hab noch einen Eimer das solltet ihr tun ich mach mal grad Wasser rein ok und ich mach mal kurz eine Spitzhacke falls wir noch was finden sollten oh Trank der Heilung und boll noch noch was zu essen brauch ich kann man Rottenflash in den Ofen bauen dann mach ich Brote fertig schmiere ich mal ein paar ne ja ja mach mal so 1,20 sollte reichen brauchst du noch welche? ich brauch ein paar ja hier ok los geht's wo geht's runter? keine Ahnung wo's nochmal runter geht ich glaub das haben wir zugebaut nirgends ja das war unter der der Dingensfarm Zuckerrohr ne? unter der Bambusfarm hier runter das andere war unter jetzt muss wir den Weg wieder finden das andere war bei der Hundefarm ja das war irgendwie wir müssen einfach nur hier irgendwie runter buddeln das war hier glaub ich irgendwo irgendwo muss es ja hier sein ah ich hab's gefunden ah ich hab's gefunden nice so jetzt können wir hier auch runter gehen geh mal vor hier war ja Dreck irgendwo irgendwo war hier der Laber wir brauchen wir nochmal 1,2,3,4,4,5,6,7,8,9,10 10 dann bringt aber gleich Kreize mit falls wir irgendwann ein Verzauberungstisch bauen sollen Dreck 3,10 joh viel verlangt ne oh hier ist ja schon gleich die Lava das Dingens ich hab in den Eimer kein Wasser gemacht boah in der Schlucht müsste eigentlich noch Wasser sein Cola haben wir ja hier ist übrigens Redstone hast du ne Eisenspickzattel hier ist ganz viel Obsidian komm her das kannst du einfach abbauen und da ist noch Wasser boah boah da ist noch Lava unter von wem da ist Lava unter ja warte mal ich muss voll erschrocken ich wollte hier mal ausleuchten wo kommt der denn her nice ups hast du keine keinen Platz mehr oder was ne ich bin echt voll egal ich bau noch ein bisschen cool ab ich hab mir ja noch gar nichts ausgeleuchtet ey was hast du erwartet wir sind hart gestorben die ganze Zeit ja das war lustig ja wie soll ich denn jetzt hier bau einfach mal bau einfach mal in der Mitte ein ab das müsste schon klappen hä nein guck da ist Lava unter ach ganz da unten bau mal jetzt ab dann können wir den direkt einsammeln ja ok ja ok musst du zur Seite gehen dauert das lange ja das dauert lange ich bräuchte mal ne Eisenspitze dann könnte ich hier mal ich buddel da hinten schon mal die Kohle ab boah das dauert echt übel lange weil die Kohle haben wir auch kaum noch welche 30 Stück brauchen wir ne ja nice stell vor jedenfalls machen wir erstmal einen falsch irgendwie wie kann man den Quarz abbauen mit Eisen welchen Quarz ja ja mit Eisen hier unten ist halt noch Redstone damit was brauchen wir noch für die mechanische Farm ja das könnte könnte ich halt gut wie viele Obsidian hast du schon? wir können natürlich äh vier man könnte theoretisch in den Turm das Hellen Portal bauen das war nämlich auch meine meine Überlegung ob man das nicht einfach in den Keller baut von dem Turm weißt du? ja oder einfach ganz oben auf dem Turm man ich scheiße ich kann jetzt hier ich kann jetzt hier nichts bauen ich würd gern den Redstone hier noch weg holen hier ist Eisen ey hier ist ne Federmaus ne bringt nichts die schlechteste boah hinter dir als ein Creeper das ist einfach das schlechteste eingefügteste Ding ever in Minecraft das macht einfach rein gar nichts das ist einfach nur da um zu nerven es gibt ja nicht mal EP greifen wir auch nicht ne nein die droppen auch nichts super wie viel Obsidian hast du? neun nach vier ich meine an sich ist es ja nicht soo schlecht so ein bisschen dass in der Höhle ein bisschen was los ist ne so ein bisschen aber dann frage ich mich warum machen die so ne scheiße aber auf der anderen Seite machen sie nicht irgendwie sowas wie äh wirkliche Fische im Wasser weißt du so ne stimmt man kann da auch ein bisschen mehr lebt es ey hier ist noch ganz viel Redstone hast du ne Eisenspitzsacke? kannst du mich gleich mal kurz geben dann kann ich das abbauen ja liegt hinter dir jo danke ich möchte das jetzt mal hier alles mitnehmen boah hat fast in die Lava gefallen hä? jetzt wird grad nacht ich leuchte mal bei mir so ein bisschen was aus dass ich hier weiter bauen kann hier ist ein Pumpkin Zombie Pumpkin Zombie bei mir wäre das normal da hab ich den Kürbis drauf gehabt wieviel brauch ich jetzt? ja texture pack 13 ne? ja habt der nicht irgendwie noch so einen Spawner gefunden in der einen Folge? ja haben wir das war die beste Folge von allen bis jetzt was ist der mit dem? hat die Aron ja nicht hochgeliebt gerade was ist mit dem Spawner? den haben wir erobert warum? ähm wollen wir den vielleicht oh lol das sei das hier noch ein Spawner ist alter ja hier kommen wir voll viele ne? egal das so hoch geht ich hab alles ja ok ich hab jetzt nur noch ein bisschen Redstone gesammelt egal ja wenn wir was brauchen ja gut wir wissen ja wo es ist wo gehts nochmal hoch? da achso hier ich hab einen Eisenblock ok höhlen sind nicht so mein Ding ich bin lieber oben und baue was lass uns schnell pennen gehen bevor die Creeper auf unserem Zelt rumlaufen zelt? fällt also ich musste grad schon äh 3 dann müssen wir töten das ist was und kommt schnell zu euch gelaufen also wir sind hier im Keller ja warte mal hier gehts nicht hoch hier gehts hoch ich renne jetzt ganz schnell ins Bett ui ihr habt euch da gut runtergebuddelt schnell rein vor allem gut dass wir komplett rumgelaufen sind obwohl wir da wir können nicht schlafen ist im Monster der Nähe erst ob wir nicht pennen können guck mal wir hätten hier reingehen können oder wir hätten da vorne reingehen können ah ne wir sind einfach rumgelaufen ok ich glaube wir können das pen ok jetzt ähm am besten wo bauen wir jetzt das Ding in ich wills nicht bauen ich wills nicht bauen ja gern ich kanns nicht bauen hier ist noch Eisen Goldhorsamor ja wollen wir das jetzt schon irgendwo hin bauen oder ja lass uns erstmal hier den Bergheim bauen einfach aber da ist ja doch der Turm ja das können wir dann so verbinden dass man dann so eine Art Durchgang hat lass uns einfach mal hier reinbuddeln ich würd sagen wir bauen hier so einen Wasserfall eher hin dann kann man durch den Wasserfall durchgehen und kann den Zöllenportal dann müssen wir den Berg komplett abtragen ja nein man kann doch hier einfach so einen Wasserfall nehmen ach so willst du mal so einen der runterläuft sonst hätte ich einen geraden hätte ich sonst gemacht also einen geraden fänd ich ziemlich geil warte lass einfach hier runter bauen alles solange man das Filmportal nicht beim Haus hat ja das stimmt nicht da ist ja dann alles drüber was sollte eigentlich gehen ja und dann machen wir unten so einen kleinen Auffangbecken wo man dann so reingehen kann mit Seerosen und Blumen und so aber das ist alles Zukunftsmusik hast du nur ne Schaufel wir brauchen unbedingt mehr Kisten ja die sollen ja alle in das Haus rein dafür brauche ich ja sonst den Quarz ja die sollen ja alle in das Haus rein wo bist du? ich komm gerade so gut wir brauchen mal kurz hier runter ich mach jetzt mal die Steinspitze kaputt erstmal ein bisschen planschen ok einer ist schon mal runter jetzt muss alles noch weg hier dann können wir den Berg ja manuell wieder hochziehen dass der so ein bisschen nach vorne kommt dass der Wasserfall also in dem Berg drin ist das willst du alles weg machen hier? ja ne das ist dann zu äh unrealistisch aus ne wir machen dann ähm so einen kleinen Vorschug mit Dirt wieder oben drüber dass der Wasserfall sozusagen aus dem aus der Höhle kommt ich mach das schon alles das soll erstmal so ne kleine Fläche frei sein dann können wir das später mit Dirt wieder platt machen dann bin ich gespannt was das hier noch am Ende wird dann bin ich gespannt was das hier noch am Ende wird alle treuen sich gegenseitig das wär voll kacke und dann fackelt und dann fackelt alles ab das wär ein richtig scheiß das wär richtig geil am Ende können wir einfach unsere Map weg springen ey ich hätte ne Idee wir könnten eigentlich diese Map denn auch für so ne Kopie machen und dann so ein Battle wieder machen stimmt ja stimmt ehrlich hier so ne Kuppel äh mit diesem einen Mod rüber machen und dann Battle dass man auf unserer Map Battling ja das ist geil das machen wir da ist hier in der Mitte so der Scorn Point bei unseren Häusern ja top das ist ne geile Idee was machst du da? ne was mach ich da? ja was machst du da? wie willst du das jetzt machen Kai? was denn? das muss halt noch weg hier und dann kommt da oben warte ich mach das schon mal alles weg hier vorne ja alles weg und dann kommt hier so zu sagen so was drüber und da kommt dann halt das Wasser raus und dann halt hier den Berg weiter nach vorne ziehen so einmal rum aber das müssen wir dann später machen ich glaube ich muss mir alle mal was Neues überlegen das sieht richtig kacke aus weil wir jetzt so von weiter weg das kann man sich nicht antun oder? das sieht äh 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 das sieht halt voll geil aus weil sich einfach alles im ähm ähm Wasserfall spiegelt bei dir bei mir nicht gut dass ich aufnehme gut dass ich aufnehme ach oh man das sieht aus bei dir wie ne Zielwand ja ich brauche ja grad wieder ab ich muss mir das mal ich muss mir das mal ich muss mir das mal überlegen wie das stimmt wenn wir zu viel aufnehmen ähm als als äh vornehmen die Monsterfall dazu bauen was könnte man dann machen dann geht das doch schneller dass wir halt dann so einen riesen Raum da ausbuddeln und dann mit Wasser und so äh das dauert ja schon echt lange da wir haben zu zweit anderthalb Stunden gebraucht ja siehste das sind drei Folgen wenn du das nicht zusammen cuttest oder äh hier schnell durchlaufen lässt ich weiß aber irgendwie zwei drei coole Themen über die wir uns unterhalten und dann machen wir das unterhalten wir uns fünf Minuten darüber an ja eine Stunde fünundzwanzig bauen wir das kann man ja auch als Livestream machen das wär auch ne Idee irgendwie am Freitag oder so als Livestream Projekt also an nem Freitag oh mein Schaufel ist kaputt rip rip ich mach mir ne Dierschaufel ok ja mach mal ja ist ok ich hab irgendwann haben wir sowieso genug Diers ne ich mach mir keine ich mach erstmal ne Kiste her Alter ich hab so viel Bullshit boah alter was ist los? ich mach das erstmal jetzt ganz normal hier was heißt normal ganz ähm 0815 und dann später später mach mir das nochmal ordentlich ich weiß jetzt nicht wie du das geplant hast das muss halt alles noch hier weg wo wir grad draufstehen so ist halt nicht ein bisschen zu groß ne ich mach das noch fertig irgendwann mal in Ruhe mal wie gesagt so ne Art Höhlen Eingang da passt schon warte ich brauch mal ein bisschen Dirt dann kann ich einmal hier in Wasserfall eingrenzen das ist ja uns dann nicht behindert beim bauen so sieht ein bisschen künstlich aus ne naja das mach ich noch kein Stress wird schon wieder Nacht halt hier und die letzte Schicht muss noch weg dann sind wir durch wird schon wieder zurückgegangen Alter ich hab schon wieder 64 cobblestone ich hab hier so ne Kiste hingestellt wo ich alles rein mach so das geht doch schon mal klar hey guck mal von da hinten gerade wie sieht das aus ja geht voll ja besser besser als gerade eben ne ja jo das sieht auch eins aus ja und jetzt bin ich ich mach mal wieder weg ich hab keine Spitzsacke mehr ach aber da 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 muss ich mir auch noch was überlegen ich glaub die benutze ich auch noch das sieht glaub ich das sieht unten halt eher aus wie so ne Statue oder so ich würd das mach das nochmal wieder weg hier oder äh ja warte guck mal vor allem also wenn du dann hier oben das noch so machst dann so wär's wenn du einfach hier in der Zwischendinge jetzt nochmal so ein Ding auch diese Steinteile daran setzt dann hatten wir halt ne Ähnlichkeit zu dem anderen Häuschen weil das sind schon Zombies äh beim Haus ne ja wo sind die Zombies auf jeden Fall ja vielleicht in der Höhle welche Höhle ihr grad drinnen wart so wann haben wir die Betten getauscht weiß ich nicht wollt auch mal im Fenster schlafen in der Belüftung ok weiter gehts wir dürfen keinen Zeitraum oh lol so jetzt können wir schon mal in den Berg rein muddeln Kannst du derzeit schon mal das Dört Ding hier abtragen? also du 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 wolltest quasi dass ich hier auch so so äh ne Bruchsteinmauer mache und die an dem an den Säulen so hoch ziehe nur vorne oder auch an den Seiten? mhm nur an den Seiten glaub ich so wie du es jetzt machst ja das ist nur vorne also das ist bei hier vorne wie gehts aus wie an der Seite vorne ist vorne ist du hier drinnen können wir das halt so ähm aufziehen wie ein warte mal ich hab da noch wie so ein wie so ein Alter ich weiß echt nicht ich glaub nicht dass das so nice aussieht ach so ne ich meinte nur vorne was machst du denn da meinst nur vorne also hier warte du meinst nur an den Seiten hier so so da machst du vielleicht einfach noch so noch so so querbeugen hm ja bock bock hat mal was aus dem Ofen haben wir noch Greenstone ja machst du das jetzt fertig oder wie? ne ich ähm wollte das aufbauen wie ein Palast warte mal hier so dass man halt hier unten so lang geht und dann so warte hat man halt hier so an der Seite so diese Steine hm ne halt ne Treppenstufe die ein bisschen nach oben führt wir müssen das aber äh zentral machen also zentriert zu dem Pornportal das ist ja vier breit ne das würde da gerade drauf zu laufen wie weit ist denn das Ding hier das ist glaube ich genau falsch jetzt eins vier fünf sechs sieben da müssen wir einen weiter nach links aufmachen ja so und dann halt noch ruhig ein ganz kleines Stückchen weiter in den Berg rein und nach oben hin weiter offen und dann halt da können wir ja irgendwie Glowstone hinhängen oder so dass das halt ziemlich prächtig ist mit so Falltüren dran das sieht dann halt ganz geil aus glaube ich also jetzt hier so einen kleinen Durchgang durch oder willst du jetzt alles freimachen? ja ich würde halt so einen Durchgang halten ne also der schon breit und hoch ist so weißt du ich hätte jetzt gedacht wir machen nur das hier frei nur so ein dann geht man da so rein und dann in so einen großen Raum rein sieht das nicht geil aus wenn es generell so frei ist hinter dem hm ist ja nicht Pfff da hab ich ja trinke gleich warum deutest du lange unter Wasser abzubauen? weil du unter Wasser so lange abbaust das ist halb so der stirbt Hauptsache der Blocker probat ich bin halt echt fast gestorben weil ich diesen Kackback dann nicht abgebrockt bekommen hab ich heile nur mit vollem Leben ne? äh mit vollem Essen ja mach ich das besser mal ja ok lass doch die Idee machen wie du gesagt hast das ist glaub ich besser dann haben wir zumindest einen oder zwei dann brauchen wir jetzt vor diesem neuen Stein was? von diesem normalen? ich weiß nicht oder ob wir das mit diesen Zegelsteinen machen wollen lass den Zegelsteinen nehmen das sieht prächtiger aus prächtiger er mit seinem prächtiger nimm ja haben wir ja nicht mehr viele von ja warte ich klein lass kurz wir können ja einfach mal eben hier 5 hoch bauen wo soll ich das denn machen? ich will mal kurz Kohle hier haben wir noch was ja so grad läuft das so irgendwie richtig gut mit Bauen nicht gut sieht doch echt schön aus wollen wir denn die ganze Wand mit diesem Stein machen? würd sagen können wir machen jetzt sind mir die Kohledinger ins Wasser gefallen die sind jetzt unbrauchbar boah alter stell dir mal vor es gibt so ne gelbe Sonne mech 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 stell dir mal vor das Spiel wird wirklich viel zu laufen alter dass du wenn du irgendwas abbaust wenn du Kohle abbaust und erhöht und das fällt dir dann so in so ein Wasser rein dass du das erstmal irgendwie einmal durch den Ofen jagen musst damit es wieder trocken ist also Red Coal oder so ne? naja das ist ja echt ganz cool alter richtig nervig oder dass du das irgendwie in der Kiste erstmal so für einen bestimmten Zeitraum liegen lassen musst dass das so für du und trocknen musst oder 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 ja ne oder wenn du das in der Kohle in die Kiste machst während das nass ist dass es anfängst zu schimmeln Digga Digga was machst du? was? Kai ja ich höre jetzt die Hülle aus nein ich hätte jetzt gedacht wir machen jetzt mit diesem Stein hier hier so erstmal so ein längerer Durchgang wie lange denn? ja ja nicht so lang ungefähr jetzt so wie es hier ist und dann so ein Raum der sich so ne dann lass uns hier hier so ein Glas das ist ja so ein kleines Durchgang grad warte so machen wir und dann machen wir hier Glas von dreien wo einfach so Lava von oben rüber läuft also das kann man machen ja so hier denn Lava ist ja das von oben Lava kommt da dritt dann ein Stein Pause und dann kommt nochmal einmal Wasser oder noch einmal Lava das muss richtig geil aussehen Lava oder Wasser als zweites ne ich würd sagen wir machen Lava hier rein also Lava mit Glas warte da muss ich erstmal hier ne Fackel reinsetzen das müssen halt alles zum Schluss nochmal von oben rüber kippen ich glaub wir müssen mal ein paar mehr Ofen machen ey einen hab ich noch Ofen bei Aarons Bett stehen drei damit hier nicht friert während er schläft hier ist nur einer ja machen wir nochmal ein paar Dinger rein Jo ist drin rutzelt also wie hast du jetzt gedacht genau da kommt dann Lava rein wo jetzt hier wo der Steinziegel ist äh noch Glas drin oder wie genau also hier halt so ne Glasfront drüber ok also muss hier da kannst du zwei nach hinten bauen ja steil obwohl da ist ja eh die Lava eigentlich ist es egal das stimmt dann kann man auch die Cobblestone da lassen und über uns auch Lava oder Stein? ich sag Steinen lassen okay machen wir das da ach ne da muss ja die Lava auch boah das sieht glaub ich dann echt fresh aus boah das sieht glaub ich dann echt fresh aus so muss das so jetzt können wir hier hoch gehen nice ich sehe bei euch in der Kiste noch ein bisschen Kabel oh ja wir müssen halt da oben noch ein bisschen tauschen mal ein bisschen Kabel gegen ein bisschen ja wir müssen hier oben ach ne wir können die Lava einfach da oben hinsetzen und dann runter laufen lassen ja gut wird grad dunkel ne passen wir mal ja weil ich da draußen weil ich da draußen baue das werden gehen wie schnell es dunkel wird wie lange nehme ich schon wieder auf? vorbei lass dir nochmal einen Cut lass uns mal hier einen Cut machen dann sehen wir uns morgen wieder in aller Frische und bis dahin tschüss dann sehen wir uns